so hallo wir haben jetzt nach unbändiger zeit tatsächlich mal ein spiel gefunden und diese sounds hier sind doch ein wieder weh ein wenig laut diese runde spielen wir hier mit zubaki was ich ja bin dakamot kennt ihr ja von den streams und videos unten der sti sie ja todes käse oft dumm ich hab fiddlesticks und das wird mischt nicht im aram ich habe wir wohl vor der rio achte schätze jetzt noch schön naja wird schon ja das geht das ist übelstig geil für sowas wie galio und so mit was kann man schießen mit schneebellen oh mein gott wenn man so viele hobbys hat wenn ich gar nicht mehr wechseln so das heißt wir können noch eine runde ozu spielen so geil did you know if you're fifty gold short for an item kills the enemy nexus sehr toll also auf gedeutsch wenn dir 50 gold fehlen ja mach einfach den gegnerischen nexus kaputt weil dann hast du die 50 gold geil hast zwar auch gewonnen aber ist ja erstmal völlig scheißegal so die lieblings nachricht hast du dann mehr gold als 50 ja auch interessant das habe ich zum beispiel auch noch nie gesehen dass hier endlich mal ein background dahinter ist und nicht nur dieses standard langweilige schwarz so irgendwo musst du hier mein pink stehen nein steht doch jetzt auch schon da haben sie es wieder rein gemacht ja dein eigener steht immer da keine ahnung du musst bei Fiz gucken weil das bist du dasilt grad ein anderes spiel naah komm jetzt hier rein mann ey das sind alle bei fast 100% außer malphite es malz 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 ja gegner Janna support malpheit Anpro ja up wie auch immer der dann spielen wird Achso, wieso habe ich jetzt den Schneeball mitgenommen? Nimm den jetzt alle mit, oder was? Wir wissen nicht, wer den Gegnern sind. Vier Leute, die ihn mithaben. Ich habe ihn nicht dabei. Zylian ist AP und Gnar ist... Ach, ich habe keine Ahnung. Gnar ist Tank AD. Gnar ist Tank AD, okay. Ich habe keine Ahnung, wie ich es spiele. Da hast du dich auch im Midgame um. Einfach auf Mana, du holst ja als erstes die Träne. Okay. Wir haben ja eh verloren, weil wir haben mich. Und mich? Ah, also unsere doppelte Fail-Kombo. Oh, wir haben ein Agro-Bär hier. Ja, Malfight heißt Jeff. Mark, ich heiße Mark. Ja. So, ah ja, ich habe ja extra sogar für die Videos auf Farbenblinden-Modus eingestellt. So. Pewa shoppen. Ähm, ich muss jetzt... Ich habe keinen Plan mehr. Also nie rumflamen oder sonst sowas, wenn ich hier Müll kaufe. Was willst du hol dir? Pickaxe, Schuhe und dann noch das Life-Rack-Ding zum Beispiel. Ja, Schuhe, ja, ja. Du brauchst halt alles, was Mana geht. Magic Resist und Mana. Brauchtest du am besten? Ich brauche erstmal wieder Ruhe. Du brauchst Steuerung F, ja, gut. Steuerung F, ja. Felix, bei dir ist noch was wie Wrote of the Ages und Frozen 8, ganz wichtig. Ja, ja. Ach Gott, ey, ich weiß tatsächlich nicht mehr. Ach ja, ich habe ja auch noch Autocast drin. Ach Gott. Also bisher geht der Show auf AP. Ach Gott, wir haben fünfmal hier. Seriously? Ach, weil wir können. Catch the snowballs. Ach ich, dass heißt. Ach, hör- Dann. Heal-off, bitte. I will survive. Aber Schwippo nie. Wer ist Schwippo? Unser Ararus. Noch hier, da, Schwippo. Ach, der heißt tatsächlich so. Ich hab keine Ahnung, was meine Spells machen. Hey, ich meine, wir haben das Agro-Bär hier, also. Deine Q ist ein Ball, den du auf den Gegner schmeißt, deine W-Cage dem Gegner und deine E-Jump von Gegner zu Gegner und du kriegst dadurch, oh, ja, der Gegner kriegt dadurch Magic, und es ist abgezogen. So, am besten gehst du rein mit E, Q, W. Okay. Deine Ulti gibt dir Zaubervampir, Movespeed und deine ganzen Skills werden flächender basieren. Hm, hm, hm. Wo du zwar nappelt? Oh, echt, das ist schon wieder so anstrengend. Genau und ich krieg die Agro ab, ich klub's auf. Was macht? Was macht meine R? Die gibt dir Movespeed, Zaubervampir und deine ganzen Skills sind flächenbasierend. Ja, Felix. Du bringst mich da um. Da hat jemand sein Ulti bekommen. Ich mag, dass ich nicht schaust, wo ich nicht arbeiten muss. Und das, wo du Urlaub hast, ne? Ja, ich wollte einen Varus haben. Nur einen Braum. Ey, ist echt kein Spiel mehr für mich. Jedenfalls derzeit. Mit meinem absoluten Skill, den ich hier habe. Äh, du hast genutzt. Werde ich nicht. Oh, was? Die hat's doch gedrückt. Hat doch meinen Skill extra grad gemacht. Naja, gut, da bin ich jetzt auch mal tot. Das ist auch in Ordnung. Darf Oma sein. Ach, ja. Hm. Hm. Ja. 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 Ich bin hier im Gegenteil. Ja. Deinem. Ich bin nicht verletzt. Ja. Ja. Ich bin nicht verletzt. Ich bin nicht verletzt. Ich bin nicht verletzt. Das ist ein Kamer. Ja, Tower Dawn war. Ach, Mann, wo soll ich denn hinlaufen? Hat das funktioniert? Wirst du alles gut? Naja, der Schwimper hätte ja auch mal nach vorne bleiben können, oder? Der stirbt. Ja, aber du kannst jetzt Tanki gehen. Was willst du? Du kannst jetzt Tanki gehen. Ach, ich gegner Tanki Online-Duel. Na, du könntest ja jetzt nur einen Borg holen, aber... Oh, Mann, ey. Tja, Hedgin wird gut gemacht, ne? Ja, irgendwie dachte ich's mir. Wieso greift denn der nicht an, Mensch? Ja, der hat ja den anderen genommen. Ja, aber... Es war oh, bloß auf Last Luck, so nach dem Motto. Last Luck? Last Luck? Last Luck? Last Luck? Naja... War auch Fail fast gewesen, was du hier gemacht hast. Ich kann nicht drücken. Das ist ja legacy muefter! I hate... Du LoL aus. Oh nee, die Jena hat aber überlebt. began zu schreien. emuề cantas zu schreien es unter anesthetisch ähnlichvale. mit einem Viej arguably haben sie mehr in direkten. Es ist nie wahr, jetzt ist die down. Ach, scheiße, wo noch in die falsche Richtung gespumpt. Das ist echt. Dauer. Dauer, Dauer, geht ihr nicht auf den Tower? Mach den der Varus, der Idiot. Entschuldigung, heute kann ich fluchen im Internet. Das ist ganz genau. Das gehört sich nicht. Manchmal schon. Irgendwie bei dem Spiel schon manchmal. Kriegt man glatt Hunger auf Fleisch? Ich könnte einfach mal einen Arrow durchs Gebüsch zu irgendwann machen. Oh, er kommt auch auf die D. Ja, genau. Oh. Na ja. Wir machen das ja immer alle so. Ja. 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 Der Gnar ist so hart am Trollen. Er hat sich Harry Kane geholt, nur damit er mehr Taxpeed hat. Wer hat erkannt? Warum? Das ändert eh nichts mehr. Irgendwie konnte ich mich grad nicht verletzen. Na ja. Defeat! Ja wie immer. Ähm ja. Ach Gott. IP. Plus 35 und Level. Ach so 25 plus ebenschrift GXP haben sie irgendwie schöner gemacht aber ist nie so meins. Ne sorry aber. Ich mach nicht noch eins. Ist echt nicht mehr meins grad. Normal oder? Normal hab ich nicht so Bock. So erstmal ist das Video beendet. Ihr könnt's bewerten, kommentieren. Vor allem ganz wichtig wär's wenn ihr mal kurz was zur Grafikauflösung sagt. Und dann wünsch ich euch erstmal noch ganz viel Spaß. Tschüssi! 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 luigi! Vielen Dank.